Alia Alia ist ein Departement in der französischen, ehemaligen, Region Auvergne, heute Teil der Region Auvergne-Rhône-Alpes, es hat die Ordnungszahl 03. Alia grenzt, im Uhrzeigersinn, beginnend im Norden, an das Departement Nifre, im Osten an Zonet-Loire, im Südosten an das Departement Loire, im Süden an Tvide-Dom, im Westen an Kreuser und im Nordwesten an das Departement Cher. Landschaften und Verwaltung Le Bourgne-Alpes dominiert eigentlich das gesamte Departement, das gegen Norden zum Pariser Becken hin abfällt bzw. gegen Süden zu den Bergen der Auvergne hin ansteigt. Drei Arrondissements mit 35 Kantonen und 320 Gemeinden Vichy, 123.865 Exabat Montlouzoun, 122.743 Exabat Molin, 110.502 Exabat Orte Die mittelalterliche Stadt, die sich an die Burg schmiegt, hat Montlouzoun den Titel Stadt der Kunst und Geschichte verliehen. Ihre engen Gassen, Fachwerkhäuser und Privatwillen zeugen von einer reichen Vergangenheit. Montlouzoun hat sein herzogliches Schloss, dem Ludwig II. von Bourgseire verbunden war, intakt erhalten. Als dynamische und kulturelle Stadt hat Montlouzoun gerade eines der wichtigsten Musikmuseen Frankreichs, das Museum für Popularmusik, Mopop, ins Leben gerufen. Sie liegt am Endpunkt des aufgelassenen Knel de Berry. Historische Monumente, gesamte Altstadt, Kirche Saint-Hier, 12.13 Jahrhundert, Kirche Notre-Dame, romanisch-gotisch, Chateau de Dux-Libabes, ab dem 13. Jahrhundert im Fachwerkstil errichtet, Circuit des Megaliths, ein Rundwanderweg zu Dolmen und Menchieren in der Umgebung. Es ist das touristische Flaggschiff des Alia. Ihre wimmelnde Architektur, ihr prestigeträchtiges Jugendstil-Opernhaus, ihre luxuriösen Viertel, ihre Thermalbäder, Parks und Gärten, ihre Pferderennbahn, ihr Golfplatz und ihre Modeboutiken machen sie zur Königin der Bäder der Auvergne. In Vichy befinden sich auch das Opernmuseum, das Städtische Museum und das Museum für afrikanische und asiatische Kunst, eine wahre Einladung zum Reisen und zur Entdeckung anderer traditioneller und zeitgenössischer Kulturen. Ist Präfektur, Verwaltungssitz, des Departements. Wegen ihrer langen Geschichte und als Residenz der Herzöge von Borgs nennt sich die Stadt auch Vilda et Histoire. Moulin erlebte seine Blütezeit im 15. Jahrhundert Der Name der Stadt bezieht sich auf die Müllenschiffe, die auf dem Alia bis ins 18. Jahrhundert verkehrten. Während des Zweiten Weltkriegs verlief die Grenze zwischen dem von Nazi-Deutschland besetzten Frankreich und dem prodeutschen Frankreich von Marschall-Pétain mitten durch Moulin, Grenzbusten am Pont-Regemotte. Historische Monumente, Kathedrale Notre-Dame, Tour Jacques-Mart, 15. Jahrhundert, Palais de Bourgues, Museum des Beaux, aus der Renaissance, Geschichte und Kultur des Herzogtums Boubonnaie. Das Städtchen mit der gewaltigen romanischen Kirche als Rest einer Benediktiner-Abtei. Weitere Ziele Vorrede Tronzeis, ein 10.600 Hektar großer Wald, der vorwiegend mit Eichen bestanden ist und bereits in der römischen Antike kultiviert wurde. Die Bäume werden zur Fassherstellung für Cognac und Bordeaux-Weine verwendet. Sie werden auch nach Kalifornien und Argentinien exportiert. Bourbon-Laich-Ambault Das bereits in der Antike bekannte Bourbon-Laich-Ambault wurde im Mittelalter, ab dem 10. Jahrhundert, Stammsitz der Bourbonen. Bourbon wurde eine wichtige Festung mit 15 Türmen und im 17. Jahrhundert entdeckte man Thermalquellen. Im 19. Jahrhundert wurde die Festung fast vollständig abgerissen, nur drei Türme blieben stehen. Historische Monumente, Ruine der Burg der Herzöge von Bourbon, Kirche Saint-Georges, Madame de Mont-Espanne starb am 27. Mai 1707 in Bourbon-Laich-Ambault. Glotzel, liegt 17 Kilometer südöstlich von Vichy. Das Dorf wurde bekannt als archäologische Fundstätte von ca. 3000 Artefakten, die bis heute nicht eindeutig zu datieren sind. Die ältesten stammen aus dem Altsteinzeit, die jüngsten aus dem 20. Jahrhundert. Dazwischen gibt es Fundstücke aus fast allen Perioden der Vergangenheit und andere ca. 100 Tontafeln mit kurzen Inschriften mit Symbolen, die an das phönizische Alphabet erinnern, in sehr unterschiedlichen Sprachen, Baskisch, Chaldeisch, Äthiokritisch, Türkisch, Iberisch, Lateinisch, Berberisch, Ligurisch, Phönizisch und Hebräisch. Sie datieren ab 600 v. Chr., während manche Knochenfunde bis zu 17.000 Jahre alt sind. Die Rätsel um all diese Artefakten bleiben aufrecht. Lang, ist eine Gemeinde am Oberlauf des Alia am Fuße der Sevennen. Der Stausee Lactnausag liegt westlich der Gemeinde. Nereslea, bereits die Römer fassten die Quellen von Neres und Bauten-Thermen, Aquädukte, ein Amphitheater, Tempel und Villen. Die antike Siedlung hatte große Überregionalbedeutung. Historische Monumente, Thermalbad von 1826, Reste des Amphitheaters, Reste der antiken Thermen, Casino, aus dem 19. Jahrhundert, Bahnhof von 1931 und die romanische Kirche St. George, 11.-12. Jahrhundert. Saint-Pour-Saint-sur-Siole, das Städtchen an der wenig später in den Alia-Mündenden-Siole ist bekannt als Weinbaugebiet. Zahlreiche Schlösser und Burgen finden sich um Besson, Alia. Aktivitäten paddeln auf dem Fluss Alia. Küche Agno, Lammfleisch Kamberat, OOC, Käse aus Kuhmilch mit weichem Teig aus dem Burbsneis, ähnlich dem Sehent-Nektar. Kerdons de Garnat, Disteln aus Garnat. Dinde de Jalani, Trußen aus Jalani. Motade de Kero, Senf aus Kero. Pastille de Vichy, achteckige, weiße Bonbons mit Minz, Zitron, Orange und Anis-Geschmack. Salzige Pastillen werden auch für Heilzwecke verwendet. Poulet de Bourbonneis, Hun aus dem Bourbonneis. Saumon de Lalia, Lachs aus dem Alia. Truite de Lalia, Forelle aus dem Alia. Verité de la Palisse, eine Konfiserie.